Hier möchte ich euch sagen, dass ich eine Umfrage gestartet habe und da solltet ihr abstimmen, wie gut ist mein Kanal. Also ihr könnt sagen, wie meine Videos sind, wie ist mein Kanal an sich übersichtlich, unübersichtlich. Und da würde ich eigentlich gerne eine Stimme haben. Also ich würde meinen Kanal eher hier in dem Bereich normal bis schlecht gewinnen, weil ich irgendwie relativ hohe Priorität auf Abonnenten lege. Und ich habe ja viel weniger als Videos. Also ich habe ja achtmal mehr Videos als Abonnenten, deswegen würde ich hier in dem Bereich gehen. Aber ihr könnt natürlich abstimmen, ob ihr meinen Kanal sehr gut findet, meine Videos ganz gut oder eher meine Videoqualität überhaupt nicht ist. Überhaupt nichts. Ich habe es hier schon öffentlich geteilt, 18 Uhr, weil ich ja gestern Abend gemacht habe. Oder das ist nicht die Originalseite. Ich kann es ja hier über mein Profil sehen. Also alle meine Videos, die ich auf YouTube hochlade, die kommen ja automatisch auch auf Google+. Hier sind ja die ganzen Videos, die ich hochlade. Und hier ist ja die Umfrage. Wie gut mein Kanal habe ich selber schon einmal geteilt, weil ich nämlich sozusagen damit... Ach, da steht gestern 19.04. Und hier habe ich noch eine andere Umfrage und zwar, wer ist für oder gegen die Ohrenumstellung? Nicht frage ich jetzt ein Ausrufe sein. An jeden. Also es hat möglichst viele im Stream geteilt, hat er wird gemacht. Obwohl, eigentlich müsste ich hier noch ein bisschen was machen. Oder ich müsste auch mein Kanal wild machen. Aber ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit Liken, Teilen, eventuell auch... Also es ist mir mit Liken, Teilen, eventuell auch mal ein bisschen was machen. Untertitelung des ZDF, 2020